Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight, heute mit der Kartoschka, mit dem Wirbelkopf und mit dem Jan. Mal wieder. Kartoschka. Genau, mit der Kartoschka. Und jetzt aber alle zu reden. Mal gucken, ob der Baden-Baden das kann. Ich glaube, dann kriegen wir richtig viele Einschaltquoten bei den Asylanten. Brauch mehr Wodka, brauch mehr Wodka. Flasche leer. Genau, das ist auch meine Meinung, bringen wir auch eine. Du sei eine Flasche leer, warum sei eine Flasche leer, weil sie nicht halb voll. Na, zu viel getrunken. Ach, wer will denn dauernd zum maroden Dachschindel von euch? Ich meine, wer will denn dauernd zum maroden Dachschindel von euch? Ich nicht, ich das nicht mögen. Das ist scheiße. Ach so, und außerdem wollte unser oberrusse Wirbel unbedingt was erklären, was er vorhin extern der Folge erklären wollte. Und das darf er jetzt machen. Wirbel, du hast das Wort. Wenn ihr auch so einen coolen russischen Akzent habt, müsst ihr einen coolen russischen Getränk machen. Also, ihr nehmt zwei Oreo-Kekse, Wodka, Cola und natürlich darf eins nicht fehlen, russisches Brot. Und du wirst so eine russische Kartoschka, Kili und Jan. Mit Oreo-Keksen. Genau. Oreo-Kekse sind zwei Nöger mit etwas Wichsengesicht. Kartoschka! Und Kartoschka! Ich habe ein Herzklopfen. Es sei nicht der Michael. Ich bin auch mitten in meiner Brust. Michael! Wo ist denn Michael? Das ist ja gar nicht Michael. Hä? Wo ist der? Ach der jumpt im Haus rum, oder? Kann das sein? Dann du wirst ihn singen statt Moskau Michael. Oh! Scheiße! Ich habe Bug in meiner Werkzeugkiste. Richtig scheiße! Dann muss ihn hinstellen und wieder hinnehmen. Du Arsch! Scheiße! Wo seien der Killer? Wie ich hinstellen und wieder aufnehmen? Wie? Greif! Ach, jetzt ist er da. Er stand gerade nur neben mir. Das ist ein Geist. Ich folge den Schwarzen. Eigentlich Fehler, aber ich mache trotzdem. Habt ihr schon gesehen, dass der Geist jetzt noch unsichtbarer wird? Der Geist ist da! Der Geist ist nieder! Du laufest schnell! Du hast in den Busch kommen. Jetzt mal kurz beiseite. Wie kriege ich das mit dem Bug weg? Mit der Werkzeugkiste? Du musst sie hinstellen und wieder aufnehmen. Wie geht das? Bei der Tastatur mit R glaube ich. Ja. Okay. Aufm, ja. Okay, ich versuche. Ja, versuche. Drücken R. Wirbel, wirbel, du Boden. Ja, ich heiße Lüsch hier. Er hat nichts geschafft gegen Geist. Russen kennen nur Schnapsgeist. Genau. Wodkageist. Wenn du kriegst... Kartoffelgeist. 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 Aber er ist Chiligeist. Was? Mögen Flüchtling. Das ist eine Kolaborzeit. Es ist Teig auf dem Bug. Flüchtling zuerst müssen gehen. Er kämpft. Du hirn nicht willkommen auf das Netz. Er kämpft. Er geht nicht weg. Ich sag dir, Flüchtling sterben zuerst. Nein, ich bin nicht gut. Ich lebe hier schon seit zwei Jahren. Hergekommen bin ich mit Bord. Mit drei Familien. Mit Big Vodka, Niden Vodka und Medium Vodka. Ich bin frei. Ich bin cool. Wo seien mehrere Generatorien? Ich nix finde in Generatorien. Hilfe, ich sterbe. Du bist schon wieder auf den Boden gefallen. Warum? Warum? Boden ist hart, nicht gemütlich. Doch, mit Decke schon. Flüchtling wissen, wie man gemütlich macht den Boden. Oh, stimmt. Bootflüchtling wissen, wie man gut schlafen auf dem Boden. Ich muss mal das wissen. Der Jan ist bessere Russi als wir. Wer hier hinrennt, nicht helfen mir. Wir suchen sollen und kämpfen. Ist so weit weg. Ich muss anstrengende Beine anstrengen. Ja, und der Russen-Geist kämpft. Der Kartoschka-Geist. Ich laufe. Der letzte nach dem Generator laufen schon mal. Ich verkacke Generator. Vielleicht ihr kommen zu mir. Nein, der kommen nicht. Der gehen hier und wir gehen auch nicht. So eine Lutscher-Geist. Vielleicht, du ganz, ganz, ganz hübscher Flüchtling? Weil ich ganz hübsch. Ich mag ja nichts. Du leben, du leben Kartoschka. Noch, noch. Er wird mir nicht nachlaufen. Er, Kartoschka nachlaufen. Flüchtling muss sterben. Oh nein, ich will nicht sterben. Ich habe aber 1000 Punkte kassiert. Das ist Hauptsache. Hauptsache, Hauptsache Punkte. Hauptsache Deutschland. Hauptsache Deutschland. Deutschland, gute Warn, gute Warn. Das was? Flüchtling. Ja, mein Generator ist gleich fertig. Meine ist bei Kartoschka-Prozento. Das ist nicht Russisch, bitte. Scheiss, der Geist kommt zu mir. Irgendwo er sei. Ich habe nicht gesehen. Oh, da ist er. Der Schwuchtelgeist. Ja, mach den Ausgang auf. Sonst er mich totcampen. Er kamen von ganz woanders. Drecker Geist. Schwuler Geist. Ein Ausgang ist geoffen. Ein Ausgang ist geoffen. Ein Ausgang ist geoffen. Ein Ausgang ist geoffen. Er hat mich irgendwie verloren. Sau dummer Geist. Ausgang ist geoffen. Welcher? Einer. 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 Oh, scheisse. Er habe mich wieder gesehen. Und ich nicht richtig weglaufen. Und ich tot. Dieser Geist ist schlau genug zu fangen. Nein. Dieser Geist ist ein Camper. Zuck im Sinn. Ich leite nichts anderes. Ich leite nichts anderes. Ich leite nichts frei. Oh, ich leite nichts frei. Er campen wieder. Ja, ich leite. Er stehe in der Ecke und campen. Ich bin schwarz. Ich dachte nur, weil ich war. Oh. Aber ich bin jetzt hier. Er kann nicht gehen. Ja, ich bin jetzt hier. Sorry, aber sie können dich retten. Er schläft da direkt. Ja, ich weiß. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn gut, er ist total bis zu. Der ist so behindert, dass er aus dem Flüchtlingsboot springen soll. Bei Haaren, in Mitte der. Ja. Er sehen irgendwas. Er weggehen. Er jetzt erst checken, dass er machen keine Punkte. Ich Geist ist nicht bei mir. Interessiert aber keine Flüchtlinge von euch. Ja, während Kati gekommen wäre, ihr jetzt noch am Leben. Kati aber faul am Ausgang chillen und nichts tun. Ich stehe und schaue. Nein, nicht schaue. Mache. Ach, Kartoffeln. Sonst ich mache schnell in dein Gesicht. Das könnte ein Witz. Okay, ich gehe. Nein, ich gehe. Nein, nein, nicht schaue. Ist so schön, wenn man mich immer rettet. Ich habe Kartoffeln. Nein, Kartoffeln ist ein Läppchen. Ich habe gerade mehr Kliczko von dem Läppchen. Okay. Ich habe echt viel. Oh, Kartoffeln. Ja, du mich überrufen hast. Nein, 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 nein. Ich habe Pöppel verloren. Jetzt habe ich nur noch Rang 5 ohne Pöppel. So eine Kacke. Schande über dich. Ich bin Rang 18. Der uns verstehen, der heißt Blatka Walla Vikova. Blatka Walla Vikova. Oh, Mann. Naja, gut. Wir bringen, was ich geschrieben habe. Kaka Pljad. Was heißt das? Mit dem, was ich Indus habe. Chika Pljad. Also ganz ehrlich, mit dem, was ich Indus habe, bin ich mehr rosa als hier. Kalaschnikow. Vodka. Mit W. Das ist traurig. Putin, Merkel. Genau. Putin, Putin, Gorbaccio, Vladimir Klitschko, Vladimir Blat. Jetzt ist er rausgegangen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Lass dein Abo da. Mich würde den wahnsinnig freuen. Also, macht es gut und tschüss. Was, was? Noch ein Wort, noch ein Wort. Noch eine Vodka für mich, bitte. In den Kommentaren. Bitte eine Vodka. Ach so. Ich will mehr Wodka. Ihr habt es gehört. Also dann, macht es gut und tschüss.